so dann kommt man mit nach lüneburg wir verbringen dort ein wochenende beziehungsweise haben das wochenende dort verbracht über einen gutschein der gutschein für lüneburg der ist mittlerweile fast zwei jahre alt und bevor er abläuft haben wir gesagt dann werden wir den jetzt mal nutzen und deswegen zeigen wir euch jetzt erstmal hier das hotel und dann gibt es noch ein anderes video über lüneburg im allgemeinen wir haben die juniors suite genutzt mit zwei erwachsenen und zwei kindern und sind insgesamt zwei nächte geblieben zur innenstadt hat es fünf minuten zu fuß gedauert also eigentlich nicht der rede wert musik 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 Hier geht es dann die Treppe runter zur Rezeption, zum Ausgang direkt vorbei am Frühstückszimmer und das sehen wir gleich noch da gibt es ganz unten gab es dann auch noch so ein Gefrierschrank würde ich schon sagen also Kühlschrank wo man sich noch Getränke rausnehmen kann wenn man möchte ja und dann kann man direkt durch eine große Tür auf die Straße In dem Hotel gibt es auch nur diese zwölf Zimmer und im Erdgeschoss befinden sich Zimmer und noch die Frühstücksräumlichkeiten die auf zwei Etagen aufgebaut sind die schauen wir uns nachher nochmal an So während ihr euch das Frühstück anguckt möchte ich mich schon mal ganz gerne wieder verabschieden und würde mich darüber freuen wenn ihr mir ein Like da lasst beziehungsweise wenn ihr mich sogar abonnieren würdet und vielleicht ist ja einer von euch auch schon der 50 bis dahin bleibt gesund Ein vit und sind du